Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf dem Drei-Sterne-Hof. Ja, die Drillung ist fast durch. Wie der Rucki-Zucki mit der Drille, ne? Bist du am Kicken? Ist das fertig? Da kannst du wohl mit brackeln, ey, ganz ehrlich. Die Drille lohnt sich. Gibt's den Mod-Tab, ne? Du wisst ja aber wahrscheinlich schon lange. Wird's bald mit auf der Stelle drehen. Let's go on! Dann können wir den Kollegen Drescher gleich abtanken. Der ist nämlich auffällig. Der hat auch seine Arbeit schon erledigt. Hat er zumindest gesagt, ich hab noch nicht nachgeguckt, ne? Weißt ja auch nicht so bei Kollegen Dreschkasten. Wir sollen gleich jetzt gucken, ne? So, dann bringen wir das Ding hin zum Hof. Dann holen wir den Hänger. Oh, ja. Kannst du hier lang fahren? Ich schätze schon, ne? Ist kein offizieller Weg. Ich hab den Dreh, den. Lass den viel zu hoch drehen, ne? Ich hab den Dreh, den. Lass den viel zu hoch drehen, ne? Ich muss von der anderen Seite rein fahren, ne? Hier rum. So, eben Kippe hinzuschmeißen, ne? Der hat Bock, der Puma, ey. Kann ich immer wieder nur sagen. Total genialer Schlepper, ne? Hat der einen Bock grad? Bin mir gespannt, wie viel er runtergekommen ist jetzt. Bestimmt nicht viel. Gibt's auch einen offiziellen Weg hin zu dem Feld? Wie sieht das? Wahrscheinlich nicht hier lang, ne? Mal gucken, wo wir hier lang fahren. Oh, hier könnte es vielleicht zur Fläche gehen, ne? Oder auch? Ja doch, hier ist die Einfahrt. Korrekt. Schau mal mal Scheibe auf, ey. Beschworm hier. Oh, mein Trecker. Wir hatten sie in der Außenansicht. Das sehe ich. Ich treffe hier nie den Wurm. 9367 Liter, ey. Ich bin hier schwer begeistert. Ist ja gar nicht... Oh, wir kennen es nicht, den Klassiker. Kann's ja nicht sein. Sollen wir so ein Bild machen? Guck. Hoffentlich hat er jetzt gedruckt. Hehehe, läuft. So, wir können hier drinnen sitzen bleiben. Wir müssen mal gucken. Wie fahren wir denn jetzt? Hier lang? Ja, geradeaus. Dann da, dann da, dann da. Wir können natürlich auch hier lang fahren. Und fahren dann da nach da. Hopps wie gesprungen. Hin müssen wir so oder so, ne? Oh, ist schon leer? Komm mal ein in die Hupo. Klapp dich aber bitte erstmal ein. Sonst kriegen wir ein tierisches Problem. Hier auf dieser Map. Klappst du dich noch ein? Danke. Führt wir mal eben da lang, ne? Ich glaub der Trashkasten ist zu groß für diese Map. Ne, hier mussten wir noch nicht rein. Durch den Busch war doch der Weg, oder? Ne, hier noch nicht, ne? Könnt ja mal die Minimap anmachen. Ne, hier muss noch einen weiter. Sieht nur noch mehr, wo man die Minimap anmacht, ne? Und neu ist auf der Korte. Hier müssen wir lang. Wie soll ich denn da lang fahren? Hier ist die Turboecke. Klopp dich mal aus. Strohablage aus. Kannst du eigentlich selbst die dreschen, oder? Brauchen wir ja nicht extra machen. Wir haben noch andere Sachen zu tun. Guck mal. Und einigermaßen gerade stehst. So. Das ist der Harbi Heinrich. Ja, der schmeißt natürlich jetzt zehn Kilometer weit, ne? Oh, da war ja von vornherein klar. Helga fährt. Die begleitet mich auch durch mein ganzes LS-Leben, Helga, ne? Wo ich hinkomme, Helga fährt. So, was machen wir damit? Verklappern, oder wat? Lohnt sich dat? Oh, vor 1500 Agromar. Wo ist dat denn? Ach, da ganz hinten, ne? Weiß ich nicht. Sollen wir das schon hinfahren? Ne. Ne, nun nicht. Wir loggern jetzt rein. Wieso sehen, dat wär Helga rechtzeitig abtanken, ne? Ne, ich hoffe ja nicht so brackelnd. Der Mars hat gesagt, man fährt hier nur 20 bis 30 kmh auffällig, ne? Ich glaub, der ist noch nie in den Real-Life-Trecker gefahren. Wenn du's eilig hast, oder was schaffen willst. Dann fährst du nicht mehr 20 bis 30 kmh auffällig. Dann siehst du zu, dass du Gas gibst. ... 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 da kommen wir jetzt nicht rum so eine ehrenrunde drehen wird es nix leute der bock der hat einfach nur bock der trecker noch hilang fahren natürlich können wir hier lang prackeln alle wege fuhren nach oben 342 euro lohnzahlung wer soll das denn bezahlen aber ist ja schon bezahlt schicki fahren hier noch ein helger noch ein fit ruhig den worgen nicht stehen lassen oder was kannst du auch mal was sagen was sagt guck mal die kann lachen die sitzt im neuen dreschkasten ich glaube das ist das geheimnis hatte ich schon ein bild gemacht nein ne die folge ist auch fast rum doch ich hatte ein bild gemacht es gibt ja auch ein pressmenü ja nicht wirklich ne wieso das nicht muss ich die pressen hinter machen ja wo man im kormak pressen kann ne oh egal die pressen müsste der eigentlich ziehen oh entschuldigung ohne konzentrationenlisten auch da muss ich gähnen zu viel gemacht ich dachte eigentlich ich hätte Urlaub ne ist wohl nichts mit Urlaub so Opfer und pressen genug gemusert macht ja Spaß ne wenn man den Spielstand sich vernünftig eingerichtet hat dann geht das alle so wir müssen aber leider hier durch den Busch fahren ne weil wir hier angefangen haben oh ich muss die Beingröße noch ändern mit O geht das ne hört man eben an macht man eigentlich nicht so O wo ist ein O O ist doch K ne Beingröße mach ich doch hier mit O Upsi ich wollte ja ohne Hatch spielen aber das mach ich jetzt nicht hat an das mach mal aus ich brauch die Taste oh schön dies ja gar nicht na komm fangen wir erstmal an vielleicht gehts an geht das jetzt nee war das nicht mit O Beingröße ändern jetzt höre ich dir gar nicht an ich mach mich jetzt veräppeln oder was keine Ahnung sind zu viele Minutpunkte was machst du jetzt nee ey wir machen keine 10.000 Liter Ballen das ist ja verrückt oder wat was ein Graus durch die variable Ballen Kapazität geht das ja jetzt hier nicht okay gut zu wissen wir machen halt 1,5 Meter 40 Ballen oder 4.000 Meter Ball so Leute ich sag dann aber erstmal danke fürs zugucken bis hier naja wenn es euch gefallen hat würde ich mich echt über ein Däumchen freuen bin ich ja ganz ehrlich und wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss